Hallo liebe YouTuber, wir sind hier in mediterraner Sonne und ich habe mal eine kleine Auszeit, aber nur Auszeit gibt es bei mir ja gar nicht, weil ich habe immer so viele Ideen und ihr fragt mich auch immer, wo man welche Materialien herbekommt und es gibt ja immer irgendwelche, die von euch in Italien, Spanien oder in irgendwelchen mediterranen Ländern unterwegs sind und hier gibt es so viele tolle Sachen, dass ich eigentlich nochmal dieses Video drehen musste in dieser wunderschönen Atmosphäre, wo ich euch mal zeigen wollte, was man eigentlich auch tolles Dekoratives finden kann und was es tolles zu ernten gibt und heute gibt es wieder ganz tolle Ideen für Laternen, für Kerzen und was man schönes machen kann aus den Gaben der Natur, aber kommt einfach mal mit und wir gehen jetzt mal auf Tour. So, aber bevor ich zur Materialbeschaffung und zur Produktion übergehe, zeige ich euch doch nochmal so ein paar Tricks und Kniffe. Ich habe jetzt dieses Kränzchen wunderbar frisch gehalten, indem ich es in eine Tüte gemacht habe, die Tüte zugeknotet, so einen Tick Feuchtigkeit drüber, entweder mit einem Wäschesprüher oder auch mit diesem Verdunstungsschutz und dann bleibt es wunderbar frisch auch über mehrere Tage im Kühlschrank und tadaa, hier ist es. Ich packe es also aus, diesen wunderschönen Stein Eichekreis und es bleibt also ganz knackig, die Blätter sind noch richtig schön, weil wenn die trockener werden, rollen die ein bisschen zusammen und jetzt gibt es natürlich noch so das i-Tüpfelchen, das ich euch vorab mal zeige. Ich habe da ja immer diese wunderschönen Lichterketten mit Timer, das ist also eine Schnur, die Lichterkette und die habe ich dann auch mal ausgepackt und habe schon mal zwei Batterien reingemacht und die ist so ein kleiner Vorabgeschmack. Das ist nämlich so eine Lichterkette, die ich auch an ganz viele von euch YouTubern schon versendet habe und wo ich auch unglaublich viele Videos gemacht habe, was man alles mit dieser Lichterkette toll dekorieren kann und das ist natürlich nicht nur Bäumchen, die hohe Vase, die Christschalen, die Christrosenschale, so rum. Ja, also sehr, sehr viel und ich blende euch da auch nochmal ein paar Videolinks ein und natürlich auch diesen schönen Kranz, den man hier so ganz toll in Szene setzen kann. So, man macht einfach die Lichterkette, klemmt man so zwischen die Blätter, ja und so, das kann man auch hier zwischen diese Eicheln klemmen und der Gimmick an dem Ganzen mit der Lichterkette ist dann natürlich auch, dass man das Batteriekästchen ganz toll verstecken kann und das habe ich auch in vielen Videos gezeigt, aber ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal das Licht dimmen kurz, Augenblick, und dann zeige ich Ihnen das auch, wie toll das in den Abendstunden aussehen kann. Das ist so schön, ist also so ein toller Kranz, man kann immer noch eine Kerze im Glas in die Mitte reinstellen und ja, diese Lichterketten, die versende ich auch mit Warensendung für 9,50 Euro das Stück, die sind, Moment, ich muss nochmal lesen, die haben 40 LEDs, die sind 2 Meter lang und schreibt mir eine E-Mail an youtube.flowerstyle.de, falls ihr solche Lichterketten wollt und dann schicke ich die zu euch nach Hause oder auch ins Ausland. Aber, jetzt genug über die Lichterketten erzählt und über die Feinheiten, jetzt geht es wirklich daran, diese schönen Kränzchen für die Kerzen und für den Tisch, diese schönen Kränzchen, erstmal die Materialien zu suchen und dann zeige ich euch auch, wie man die macht in verschiedenen Größen. Kommt mal mit! So, mein aufmerksamer Kameramann hat gesagt, ich habe nochmal was vergessen. Und zwar, die hat auch einen Timer, die ist dann immer, wenn man sie auf Timer anstellt, 6 Stunden an und 18 Stunden aus, das heißt also, wenn man jetzt jeden Tag sagt, ich hätte gern, dass die gegen 18 Uhr angeht, dann geht die immer um 24 Uhr aus und das ist natürlich eine tolle Sache, vor allem, wenn man die draußen vorm Haus irgendwo schön geschützt hat, in Schalen macht. Also, Lichterkette mit Timer ist eigentlich ein Must-Have. Ja, aber genug erzählt, jetzt geht es endlich weiter im Video. So, und in der Natur ist ja eigentlich auch der Weg, das Ziel, hier so schön in der Abendsonne, in mediterranen Gefilden und ich habe natürlich, wie als Sande und Hüter, habe ich mal meine, ja, meine Wäschewanne einfach mal zweckentfremdet. Und da ich hier schon mal gelaufen bin, habe ich hier wachen Augustan gesehen, dass es hier wunderschöne hellgraue Zapfen gibt. Und die sind, ich glaube, die Natur, die hat die schon ganz lang gebleicht und die sind schon so hellgrau, dass die ganz toll, ja, ich kann mir so vorstellen, wie schön die an Advent zu weißen Kerzen aussehen. Und ich habe auch noch ein bisschen Platz in meinem Koffer und deswegen habe ich beschlossen, dass ich einfach mal hier zur Ernte hergehe. Und ich werde von manchen YouTubern gefragt, wo ich meine schönen Sachen sammle und wann ich die auch sammle. Und vielleicht sind manche von euch noch irgendwie in der Wärme, im Urlaub oder vielleicht seid ihr auch in Wäldern unterwegs und seht einfach so Bäume, wo das so länger schon verbitterte Zapfen und wo die so hübsch sind. Die dürfen natürlich nicht verfault sein, ja, die müssen richtig schön fest sein. Und das sind die auch, die sind ganz toll und dann kann man die super gebrauchen und wichtig ist auch, dass man die trocken lagert. Und dann ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Vor allem die Renate hat ja gesagt, Margit, ich muss mal Hinweise geben, wo du immer deine ganzen Sachen herbekommst. Liebe Renate, hier kommt auch so ein Hinweis. Und ich werde jetzt erstmal meinen schönen Korb füllen, um diese tollen Zapfen mitzunehmen. Die kommen bestimmt in Weihnachtsvideos wieder. Ihr seht ja viele Sachen von mir, die immer wieder auftauchen. Und ich werde jetzt mal wieder auftauchen. So, also ein paar Zapfen habe ich jetzt schon. Und ich achte auch immer darauf, dass ich mal ein paar kleinere und mal ein paar größere Zapfen sammle. Weil die kleineren, die kann man dann ganz toll auch zu Kerzen und zu einem schönen Arrangement dekorieren. Und was es natürlich ganz oft im Süden auch noch gibt. Und ich habe auch meine gute Baumschere eingepackt. Und was mir natürlich sofort aufgefallen ist, bei uns gibt es das ja nur im Großhandel. Hier gibt es diese wunderschöne Pistazie, die ich auch unbedingt ernten muss. Die ganz toll knackig ist. Ich habe diese kleinen Bärchen, aber mit denen kann ich leider nicht so viel anfangen. Aber Pistazie, da möchte ich auf jeden Fall noch was Schönes machen. Und ihr wisst ja, auch wenn ihr diese Materialien zu Hause ja natürlich nicht bekommt oder was anderes, das lässt sich immer ersetzen. Und ich zeige euch einfach ganz tolle Gestaltungsideen. Ich habe nämlich Wickelbrat dabei. Ein bisschen was muss ich ja auch immer mitnehmen. Und hier kann ich jetzt mal richtig schöne Pistazie ernten. Mit diesen schönen, buscheligen, grünen Spitzen. Ja, die ist wunderschön. Und da werde ich auch ein bisschen schnippeln. Weil das ist hier, da weiß man eigentlich gar nicht, wo man zuerst schneiden soll. Da ist eine schöner als die andere. Und diese Kostbarkeiten der Natur, die kann ich mir hier nicht entgehen lassen. Deswegen haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht. Ein bisschen entfernt von unserer Finca. Und um das Ganze mal zu bunkern. Und die Ideen, ihr wisst ja, es lohnt sich immer bei mir, die Videos bis zum Schluss zu gucken. Vor allem solche schönen, buschigen Stücke sind natürlich ein Traum. Diese schönen Ideen, die zeige ich euch dann immer im Fortgang. Und ihr habt immer so super Abwandlungen und so super weitere Ideen. Ich lese es auch in den Kommentaren. Ich finde es total klasse, was ihr auch aus meiner Grundidee immer so macht. Und wie schön ihr die Abwandlung findet. Das habt ihr ja auch gezeigt im letzten Video, als es darum ging, dass man statt der Hortensie auch Nelken nehmen kann, was viele auch ganz toll fanden. Ja, die Pistazie ist das eine Material, aber wir gehen auch noch sammeln, weil ich möchte auch noch gerne Steineiche. Steineiche ist auch was Wunderschönes. Weiter geht's mit dem Sammeln, aber wir gehen erst mal wieder zurück. Wir sind hier mitten in der Natur. Und neben Gänsen und ganz vielen Schafen gab es hier vorgestern ein ganz tolles Ereignis. Da hat nämlich hier dieses fleißige Mama-Schaf diese zwei kleinen Schreihälse zur Welt gebracht. Moment, ich muss mal gucken, dass ich die näher filme. Ich mache euch noch ein paar Bilder rein von denen. Und die schreien jetzt ganz herzergreifend, weil die Mama so weit weg ist. Und die ist, die zuckt hier überhaupt nicht. Aber die beiden werden es schon bald wieder schaffen, zu ihr zu kommen. Eins liegt und eins steht. Und die Fortsetzung folgt gleich hier im Kindergarten der Schafe. So, ich habe von zu Hause auch ein paar schöne Kerzen mitgebracht. Ich fand das jetzt eine schöne Mischung mit Apriko und Elfenbein. Finde ich ja eigentlich auch ganz schön, schon wenn man das abends hinstellt. Aber meine Idee war eigentlich dazu, dass man mit diesem tollen Grün von der Insel, dass man einfach mit Pistazie ein schönes Kränzchen um die Kerze wickeln kann. Und damit ich das wickeln kann, muss ich natürlich jetzt erstmal die Pistazie in viele kleine Stückchen teilen. Und ansonsten sind die zu lang und zu groß. Und ich hätte jetzt gerne einfach so kleine Pistazienstückchen für diese schöne Deko. Und ich habe eigentlich gar nicht viel mitgebracht. Ja, weil man denkt ja so, ach, was nimmt die Margit denn so mit auf Reisen? Und ich habe gar nicht so viel mitgebracht. Ich habe wirklich lediglich eine Rolle Draht. Ich habe auch Strohrömer mitgebracht. Und da wollte ich morgen nochmal was machen. Das zeige ich euch dann aus Steineiche. Und ich habe diesen schönen grünen Wickeldraht mitgebracht. Und das war jetzt eigentlich eine Tüte an Floristikmaterialien, mehr nicht. Und ich habe gedacht, das muss jetzt reichen, weil eigentlich habe ich ja auch Urlaub. Aber wie gesagt, so ganz Urlaub habe ich ja nie, weil irgendwie ist immer in meinem Hinterkopf, spielt ja doch immer mit, dass es so viele Dinge gibt, die ich euch gern zeigen möchte. Und ich teile jetzt auch immer hier diese Stückchen nebenbei und möchte gern so schöne kleine Fitzel. Ich brauche ein bisschen Stiel von der Pistazie. Sowas ist natürlich perfekt. Und ich werfe dann auch die anderen Stiele, die werfe ich einfach weg. Hier fliegt genügend von den Bäumen rum, da stört es überhaupt nicht, dass so ein paar Pistazienstiele hier auch noch liegen. Am schönsten sind eigentlich diese feinen, diese feinen, ja, sag ich mal, Blätter. Die sind eigentlich fast zu grob. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Ich versuche jetzt einfach mal anzufangen. Ich muss irgendwo draufwickeln. Deswegen nehme ich mir zum Draufwickeln, wir nehmen oft ein Bändchen oder wir nehmen auch oft so eine dicke Seasalschnur. Das habe ich alles nicht dabei. Ich bin hier nicht im Blumenladen, aber das macht nichts. Ich nehme einfach zum Draufwickeln ein Stück Draht. Ja, ich mache mir das jetzt einfach. Und dann lege ich hier die Pistazie an diesen Draht an. Ich hoffe, das sieht man hier schön in der Sonne, in der Abendsonne. Die ist jetzt so schön gülden. Und fange an, auch mit diesem Draht zu wickeln. So, verdrehe ich mal das erste Stück miteinander. So, und kann dann immer, eigentlich wie so eine kleine Girlande, wickele ich mit meinen Pistazienstückchen. Ja, man muss die auch klein genug machen und kurz genug. Sonst muss man danach wieder so viel abteilen. Aber ich habe ja versucht, es zu machen und wickele einfach mit meinen Pistazienstückchen eine kleine, ja so eine kleine Girlande, die dann ja nachher als Deko gedacht ist, als schöne Gründeko für meine Kerzen. Ich setze ein bisschen Fleißarbeit. Wenn die Pistazienblätter ein bisschen größer sind, dann drücke ich die einfach zusammen und wickele weiter. Und das ist jetzt genauso, wie wenn man einen Kranz wickelt oder was anderes. Das ist jetzt so eine Fleißarbeit, dass man immer die Pistazienstückchen anlegt. Und ja, das Ziel ist eigentlich, wenn man auf dem Tisch hier, was man vor sich liegen hat, das Ziel ist, möglichst viele brauchbare Stückchen auf dem Tisch liegen zu haben, die man dann ja nur hier anlegen braucht und die man dann von der Länge her gut verwenden kann. Und je kürzer die Pistazienstücke sind, das ist dann natürlich auch mehr Fleißarbeit, desto feiner wird das Kränzchen dann. Ja, und das ist jetzt von mir natürlich ein bisschen buschig gearbeitet und man kann es jetzt schon ein bisschen erahnen. Ich mache mal so eine kleine Anprobe. Ja, das ist jetzt relativ buschig. Also ich glaube, ich mache nachher auch nochmal ein feineres Kränzchen, um euch das zu zeigen. Beide Varianten, da lasse ich mir dann mehr Zeit als fürs Video und mache dann nochmal so ein ganz enges, feines. Ja, und das ist jetzt einfach das Größere. Aber es ist so eine wunderschöne Gründeko zum Thema Haltbarkeit. Also Pistazie hält auch ohne Wasser gut ein paar Tage aus. Ansonsten kann man immer das Verdunstungsschutz-Spray kann man auch für Grünzeug nehmen. Ja, also für Blätter, für Efeu, für Pistazie. Das lässt sich für alles gut benutzen. Ich habe euch das ja das letzte Mal gezeigt. Wir nehmen es natürlich auch am liebsten für empfindliche Blüten. Aber wenn ihr sagt, ach, ich würde es jetzt gern als Deko längere Zeit nehmen im Garten und ihr findet es sehr schön, dann kann man auch Verdunstungsschutz, auch für Grün sehr gut benutzen. Und damit erzielt man natürlich den Effekt, dass das länger knackig bleibt und länger frisch. Weil ich möchte es natürlich nicht jede Nacht innen. Also ja, der beste Schutz ist ja, wenn wir was Arbeiten machen, die auch für Hochzeiten, für Feiern sehr frisch und sehr schön sein sollen. Wir legen es in den Kühlschrank. Also wir packen es in Folie, sprühen es an, wir legen es in den Kühlschrank. Das ist unsere erste Maßnahme, um Arbeiten frisch und knackig zu behalten. Und wenn du natürlich das nicht jede Nacht in den Kühlschrank legen willst, was ich absolut verstehe, dann ist die nächste Art und Weise auch mit dem Verdunstungsschutzspray oder es ab und zu anzusprühen. Und das kann man alles sehr gut machen, um diese Arbeiten lange knackig zu behalten. So, das sieht jetzt eigentlich schon. Für das erste buschige Kränzchen sieht das ganz gut aus. Ich werde auch gleich mal die Anprobe machen. Wenn man sowas auf dem Draht macht, ich merke das hier gerade schon bei mir, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man den Draht, den Führungsdraht, nicht mit reinwickelt. Das ist mir jetzt auch gerade beinahe passiert. So, wir machen eine kleine Anprobe, wie das jetzt hier so aussieht. Ja, also das wäre jetzt, man sieht, es fehlt hier noch eine Rundung. Ja, man kann auch hier nochmal ein bisschen was abmachen, wenn einem das zu wild ist. Also ein bisschen mehr abschneiden geht natürlich immer, aber man kann nichts mehr dran machen. Und hier sieht man eigentlich auch jetzt schon sehr schön, ich werde das nachher in Ruhe fertig machen. Und hier sieht man auch schon sehr schön, was das eigentlich für einen tollen Effekt macht, wenn man diese Kerzen mit Grün dekoriert und wenn man dann so eine Gartenparty hat oder eben eine schöne Einladung, wo man die jetzt auf diesem Teller so hübsch anrichten will, dann sieht man schon, wie viel das eigentlich ausmacht und wie toll das ist. Ich werde es auch heute Abend, werde ich die Kerzen mal anmachen und werde euch das zeigen und ich werde euch auch noch aus Steineichen Kränzchen wickeln und werde es um die andere Kerze legen. Aber das ist jetzt im Grunde genommen schon so eine Demo, was für einen Rieseneffekt ein schönes Grün Kränzchen hat und was das eigentlich ausmacht und wie viel Stimmung. Das ist eigentlich jetzt mal Teil 1 und mal gucken, ich habe auch hier kleine Helfer. Kommt mal her, komm mal her Mädchen. Ich habe hier kleine Helfer, die wollen auch mit ins Video. Guckt mal. Guckt mal. Oh. Na? Ja? Guckt mal. Komm her. Ja, die wollte ich eigentlich euch mit dazu zeigen. Und da gibt es auch noch was zum Futter und weil sie brav mit dabei waren. Ja, die steineiche Variante, die kommt auch als nächstes noch. So, ich habe jetzt mein großes Kränzchen fertig gemacht, wie man hier sieht. Ja, dieses Puschelicke, das habe ich jetzt ein bisschen schneller gemacht und habe auch größere Stücke Pistazie genommen. Wenn einem das dann zu wuschelig ist, kann man auch, wie man hier sieht, einfach ein paar Stückchen rausschneiden und man hat ein schönes, buschiges Kränzchen. Wenn das Grün, das wird natürlich dann auch trocken und wenn es zu hoch an der Kerze ist, dann einfach die Kerze innen erhöhen oder man nimmt ein kleines Gläschen und stellt die Kerze im Gläschen rein. Also auf jeden Fall immer schön Vorsicht mit dem Grün und der Kerze. Und jetzt hatte ich noch ein bisschen, jetzt hatte ich natürlich dazwischen ein bisschen Zeit und Muße. und habe nochmal so ganz langsam und in Ruhe mit kürzeren Stückchen Pistazie gewickelt. Und das ist eigentlich egal, was man nimmt. Ja, wie gesagt, man kann auch Efeublätter nehmen, man kann ein schönes Herbstlaub nehmen. Es gibt also ganz viele tolle Sachen. Und wenn man so kürzere Stücke nimmt, dann sieht man gleich, dass das nächste Kränzchen schön ein bisschen ebenmäßiger, ja, man kann hier auch immer noch korrigieren mit Kleinigkeiten, dass es so ein bisschen ebenmäßiger geworden ist. Ich habe hier die zwei Drähte, ja, die natürlich Anfang und Ende sind und die kann ich einfach miteinander verschlingen, um das Ganze zu verschließen. Und entweder ich mache das zusammen auf die Platte, aber ich fände es jetzt fast schöner, wenn man das jetzt hier auf dem Tisch hat. So, ein bisschen Ordnung. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, Mietze, ich brauche auch noch einen Sitzplatz, nicht nur du. Okay, so, wenn man das jetzt einfach auf den Tisch, das eine hier so auf den Tisch legt und das andere auf eine Platte stellt, vielleicht ist es auch ein Holzbrett, das ist auch sehr schön. Und dann gibt es natürlich noch eine ganz tolle, dekorative Variante für so schöne Kränzchen. Das finde ich immer persönlich ganz toll, wenn man die an so eine Laterne, natürlich nicht innen drin, ja, weil es fängt ja auch an zu brennen, sondern einfach so ein Kränzchen kann man auch wunderschön an der Laterne hängen. Hier oben drauf würde ich es nicht machen, weil es kommt doch warm von der Kerze, sondern ich würde es wirklich seitlich und würde es mit einem schönen Band dranhängen, was ich jetzt natürlich nicht dabei habe, ja. Aber es ist auch eine ganz tolle Deko und die Laterne sieht dann gleich ganz anders aus. Also das ist jetzt einfach das Kränzchen mit so einem relativ simplen Grün, was hier zu finden ist. Und ich habe für morgen nochmal einen ganz tollen Teil, weil es gibt hier natürlich nicht nur Pistazie, das war jetzt hier der Pistazienteil, ja, um das mal zu zeigen, sondern es gibt noch was viel Schöneres und zwar es gibt Steineiche, ja, mit diesen tollen Früchten. Wir haben zu Hause auch Früchte, herbstliche Früchte, also man kann immer ein Grün nehmen und kann dann die Früchte zum Beispiel auch reinkleben. Und mein, ja, mein Ansinnen ist es natürlich für morgen, deswegen habe ich auch die Steineiche mal geschnitten, hier mit diesen tollen Früchten, so einen Steineichekranz zu wickeln und der ist dann natürlich auch, man muss immer so überlegen, man kann dann so viele Sachen so verschieden dekorieren, das ist natürlich auch eine ganz tolle Geschichte, diesen Steineichekranz um eine Kerze rum oder an die Haustür zu hängen, ja, oder den eben in größer zu wickeln und dann, aber das kommt morgen, und dann zum Beispiel einfach die Laterne, ja, da müsste man jetzt ein bisschen erhöhen, die Laterne in den Steineichekranz zu stellen. Schönes Projekt, oder? Aber dieses Wickeln von tollen Naturmaterialien und da könnten jetzt zum Beispiel auch so schönes rötliches Herbstlaub, könnte auch dazwischen als Akzente gewickelt werden oder einfach reingeklebt. Und ihr seht, wie mit diesen Naturmaterialien was für eine wunderschöne Tischdeko man da mitmachen kann. Der warstatt nicht. Der warstatt nicht sehr, der warstatt nicht sofern, es geht und dann wieder zurück. doomnötig. Hinschäbliche Gernein